ist er versuch um mehr Geld zu machen Meme Review Ah ja, eigentlich ist er jetzt tot, ne? Er hat jetzt ein Meme komplett geändert Welchen? Den Riccardo-Meme? Subscribe to PewDiePie Meme Den Subscribe to PewDiePie-Meme Hat er den jetzt getötet? War das überhaupt ein Meme? Das war ein Meme? Hä? Das war ein eigenes Meme, Subscribe to PewDiePie Ja, ich, ich mein Klar, wow, nach einer gewissen Zeit ist alles ein Meme Wenn du irgendwie Ideen erzählst, aber Den einzigen Meme, den er, glaub ich, nicht getötet hat Das war, äh, den Riccardo-Meme, weil Keine Ahnung Der ist einfach Behindert Ja, der Meme ist behindert, aber trotzdem Das ist witzig Weil er kriegt den nicht platt Er kriegt den nicht platt, Minilek kriegt den nicht platt Der wird immer wieder neu reingepackt Ja Neuen GTA Online verschafft dir Sofort einen Vorteil, hört ihr Immobilien, Fahrzeug und weitere Zins In der Artikel Wer braucht das? Was ist Neues? Who cares? Who cares? Who cares? Who cares? Was soll neu sein? Was soll noch? Was soll neu sein? Hey, nix Keine Ahnung, war nix Neues Neue Autos gibt's auch, ja Sitzung nur für Spiele mit Einladung Nö, mach ich lieber nicht Nö Ich habe allerdings das Gefühl, dass dadurch, dass ich halt den Story-Modus gespielt habe und ein paar Sachen vielleicht mehr habe als du Ja Könnte ich mir zumindest vorstellen Keine Ahnung, ich weiß nicht Jedenfalls das die musket habe ich nicht Also die hast du wahrscheinlich auch nicht Musket Okay es gab es aber ganz die abspür auf der konsole wieso sollte diesen das ergibt keinen sinn ich mache die will ich dann noch mal ach nee warte das war roblox ich wohne in meiner garage ich weiß gar nicht wo sportlich aber stimmt so hatte ich ihn aussehen lassen jetzt muss ich noch gucken da ich irgendwo lippenstift finde hast du vergessen wie aussichten geht ja ja alles es Das... Wollen wir mal hier gucken? Arm drücken? Oh, okay, ich dachte schon. Arm drücken, ja ja. Ich dachte schon so'n... Ich dachte schon so'n... So'n... Frügelei, ne? Frügelei-Kampfe, wie geiler. Wie da so... Was meinst du? Dass er so Boxen isst, einfach nur. Okay. Sehr geiler. Anstatt so Arm drücken, irgendwie. Ich kann Lamar nur zu Fuß besuchen. Das ist es! Das ist es! Das ist wie er zu Fuß du, du bist. Ich meine... Ich meine... Ich meine... Ich meine, ich spreche nicht über dich. Ich , ich spreche nicht über dich. Das ist eine verbringende Metaphore, man. Komm mal in hier, man. Der Punkt ist, man. Ihr Boy LD... Ihr Boy LD... ist übernimmt zu sein King LD. Ja! Oldschool OG... New Wave Big Dog... Sneaky motherfucking King of the Castle OG. Das ist, wie du auf die Frage schaust. Und du? wie du immer noch aussiehst von der Kleidung her ich bin ein Anti-Pimp ja ja Und das ist, warum er mich liebt. Weil ich so wie das. Klassiker, wunderschön, und imperial als eine Motherfucker. Mann, ich bin ein bisschen lyrisch, du. Wie Caesar. Ein Schreiner und ein Kampf. Du sprachst all diese alten Schoen-Shit. Schau, der ganze Bewegung liegt auf dem Fakt, dass die Ballers und die Vagos haben eine ganze Menge OGs, die viel zu viel interessieren, um meine Klasse und Lowrider zu tun, als sie zu bezahlen und schrecklich Respekt zu sein. Du verstehst mich? Also wir werden die B*********n die Errung ihrer Wagen zeigen. We're gonna slowly and methodically re-educate them punk m*********. I mean, who don't love a Lowrider? We all love Lowriders, but uh, personally I love me mostly. So with that being said, wir gucken halt, ne? Dann läuft ein Video. Was guckt denn da jetzt zu? Du siehst du halt einfach nicht wer zuguckt und wer nicht, ne? Du siehst du halt nicht. 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 Bin ich jetzt in einer Mission oder was? In einer Mission, ja. Lowrider. Also ich meine, in einer Gruppenmission meine ich. We're the time haters. Oh ja. Weil mir braucht eh GTA Online wieder 3R rum. Sozialarbeiterprojekt. Ja, GTA Online braucht wieder 3R rum, ne? Um mich auch in irgendwo rein zu klatschen. So, Haftbomben kann ich ein paar gebrauchen. Ernährung zu denen auch. Nein, haut einfach ab. Oh ja, hierfür brauche ich ganz viel Money. Die hatte ich ja letztens so ultra krasoff gebraucht. Die Shotgunner oder was? Oder die Schreiber. Nee, nee, die, die Mikro-MP. Ja, guuuuut. Warum, wo? Warum, wo, wofür? We're the time haters. Der Clip, der wurde verbannt. Der durfte nicht ausgestrahlt werden, weil es irgendwie zu kontrovers wäre, dass schwarze Pimms in die Zeit zurückreisen und da Sklaventreibern ins Gesicht schießen. Das ist kontrovers. Ja. Oder absolut rassistisch oder was auch immer. So, the fuck, what? What? What you want? Vom die einzigen, die sich darüber beschwert haben über diese Folge oder diesen Sketch, das waren weiße Typen oder Frauen. Ja. Das ist einfach so. Das ist einfach so. Wieso regt ihr euch drüber auf? Dann sollen die Schwarzen sich drüber aufregen, wenn sie Nigger oder schwarz oder was auch immer. Also, ne, sagen wir gut gebräunt. Gut gebräunt. Ne, nachher regen sich die ganzen anderen Bleichgesichter auf, sag ich jetzt. Ne. Ne. Welche Bleichgesichter. Wow, es schneit ja richtig, wow. Es schneit ja richtig in einem, in dem Spiel, was nicht verdient waren. Wo ein Modder das gerade zum Schneiden gebracht hat, ne? Wir haben nicht Winter, deswegen, wie soll's schneien, wenn wir keinen Winter haben, geht ja ab Naja, mir kann's ja egal was sein Du kriegst irgendwie den Schnee, bei dir bist du durch den Schnee So, hä, was sollte ich jetzt machen? Fuck Du bist rausgekickt worden, ne? Hast du eine Lobby? Bei Lama? Ja, suchst du auch, weil... Sonst wärst du ja nicht in der normalen Spielzeit oder jetzt in der Mission unten stehen Ach, die Sitzung existiert nicht mehr Alter, das macht irgendwie Spaß, aber es sieht so witzig aus, weil ich halt hier so halbnackt bin Ich weiß, ich hab den Schal an, okay, aber... Come on Ja Ja Geht hier ohnehin so getreten, warum ist es... geht hier ohnehin so weit? Könnte da gerade Schnee liegen? Ah, that the fuck! Was? Da ist gerade einer mit seinem Segler da vorbeigeflogen Der ist vorbeigeflogen und hat einfach scheiße gedroppt Neue Sitzung finden! Yes! Please! Oh Gott, ne! Die ganzen Modder, die gehen mir so auf den Modderschmodder Naja, deswegen kannst du halt nicht mehr normal spielen Ah Du weißt, warum ich... Warum... Manche Leute einfach modden, um die Modder rauszuklicken Ich mein, die Modder sind ja noch in Ordnung Das sind so... Du könntest sagen, die, äh... Teil der... White Hacker Ist ja irgendwie so ne Gruppierung da, wo sie sagen Ja, die... Warum heißen sie... Warum heißen sie... Heißen sie... White Hacker Hacker? Weil sie für das gute Hacken quasi So in Richtung... Ja, aber warum können sie... Warum heißen sie ja weiße Hacker? Weiß ich nicht Aber... Meistens sind es einfach Hacker Und die Weißhacker haben halt das... Oder so ein Scheiß... Meine Fresse... Denk dir was raus Ja Was für ein Arschloch? Du bekommst... 2000 veranhaltend... Gute Führung... Weiter so... Ja... Ja... Sehr gute Führung Wie viel hast du wohl gebracht... Jetzt in der letzten Zeit? Keine Ahnung Mäh... What knows Oh ja, stimmt... Ich muss ja jetzt mein... Mein Auto wieder reparieren lassen Aaaaaah... No... Ah, komm Hm... Okay... Die Tassias... Werden abgerufen... Ich mein... Welch jetzt ein... Modder der... Diese Mods hätte zum... Äh... So und so machen... Wär doch geil, aber... Ich nicht... Sowas... Wird denn jetzt... Was? 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 Was Wasspritt... Du... Washing-ne-Machine-like-Gamer... Waaaat... Was? Es ist ein Board-Based-Game, oder was auch immer. Es ist ein Board-Game. Bord, bord, I'm so bored. Bord, bord, I'm so bored. Mord, mord, not so mord. Mord, mord, not so mord. It's fucking taut, bitch. Deal with it! Oh, danke Rockstar! Ja, beim Betreten der Sitzung ist ein Fehler aufgetreten. So, passiert jetzt noch irgendwas? Lädt da eine Sitzung oder so? Warte hier noch immer auf weitere Infos. Kann ich nicht einfach absprechen. Nö. I should go and fucking die eine Sitzung oder so? In Hell, they should! N-, n-n-n-n-n! Dörderderderderderderderderderderderdärdör We're not bug geht ja dann wiederum drei jahre laden ja ich bin mir sicher ich bin mir absolut sicher mach die scheiße aus denke schön und dann darfst du dich wieder anmachen wie ich das hasse wenn wenn man dann irgendwo hin joinen will und dann kann man nicht und es passiert einfach nichts das nicht mal die option zu sagen okay abbrechen aber wird bereits ausgeführt bist du dir sicher weil ich sehe es nicht ist jatsch 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 ne doch jatsch kugan Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja. Ja gut, dann bin ich wieder raus. Dann bin ich doch jetzt wieder raus, ne? Weh. Ja, ja. Ja, ja. So, jetzt komme ich. Mit ein paar Leuten, deswegen. Ja, ja. 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 Das ist doch im Prinzip Clown. Oh, wir sind gerade falsch verstanden. GG, mit einem Mal habe ich den Rekordjagd gebrochen. Hä? Frau Miet? Wart mal. Alles töten und es unter seiner Gewalt bringen, ist doch nichts anderes als klauen, oder? Nein. Eigentlich nicht nur. Wenn es tot ist, dann kann es doch nicht beklaut werden. Okay, stimmt auch. Leute beschweren sich über Diebstahl nicht. Und wenn es keinen gibt, der sich über einen Diebstahl beschweren kann? Wo kein Kläger, da kein Richter. Stimmt. Ja, war. Ja. Welches Absprungzeit? Ungefähr jetzt. Ich will aber nicht raus. Nein! Au! Oh! 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 Oh, makellos. Die Putzfrau will ich auch haben. Krass ja nicht meine. Das ist meine Sklave. Meine Sklave, ich krass ja nicht. Ja, einfach so die Tatsache, dass... Baum, ich verschwinde, ich fahr. Baum, ich fahr. Baum, ich fahr. Gibt es noch Platz bei mir? Der Riesenteil da, Alter. Ruck mal drei Meter. Biiiit. Boost. Hätten wir nicht doch vielleicht irgendein Auto nehmen sollen und hinten anschieben sollen? Das können wir nicht, wir haben keine Auswahl gehabt. Und das ist ja das Missionsfahrzeug hier. Meinst du, dass wir einen Berg hoch schaffen mit dem Ding? Das wird's schon. Nach dem Haus, direkt links hoch. Wird doch bestimmt gehen. Jetzt hoch? Ja, jetzt hoch. Komm schon. Komm schon. Warte, 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 fahr ein Stückchen nach links. Nein, das sollt nicht denn. Nein, nein, seitlich fahren ein wenig. Na, fahr einfach die Straße entlang. Nein, nein, so Pyrenäen-artig, weißt? Ja, da können wir genauso auf der Straße dann fahren. Nächstes Mal dürft ihr mich fahren lassen, danke. Kümmer ich mich drum, dass wir da rüberkommen. Geht da links ganz zu hoch. Die steile Wand da, oder was? Ich will auch in Wasser mehr fahren. Das haben nur die Fahrer, das ist eine Fahrer und Beifahrer. Fickt euch. Wie kannst du fahren und gleichzeitig Wasser steuern? Das ist wirklich. Ja, ich kann das. Oh Mann. Er ist Multitasking-Kriechen, die du sagst zu dir. Ja, er ist auch eine Frau. Stell dir mal, wollen wir nicht nur die einzigen weiblichen Charaktere. Wir sind ja eigentlich die einzigen hier. Also ich bin eine Transe, Moment. Nein, noch bist du ordentlich angezogen. Du hast eine Transe und bleibst eine Transe, auch im Echtenleben. Noch bist du ordentlich angezogen. Ich überlege gerade, wenn wir es über den Berg geschafft hätten, hätte das Fahrzeug die steile Abfahrt überlebt? Sehen Sie es in der nächsten Folge von Dumme Sache. Die Wendekreise ist auch toll von dem Ding. Gefühlt von unendlich. Ja, da können uns die Leute ja schon selber ausreißen hier. Weißt du, so ein Teil in der Zombie-Apokalypse, das wäre doch schön. Ich halte mit dem Wasserwerf und mit Flammenwerfen oben drauf, oder? Nee, einfach nur mit Propan füllen. Wenn das Trinkwasser ist, wäre es super. Meinst du für die Kinder in Afrika? Aber wenn es Trinkwasser ist, wird man es doch verschwenden in der Apokalypse, oder nicht? Du sollst ja nicht damit die wegsprühen, du sollst mit dem Ding durch die Gegend fahren. Ach so, als Transportfahrzeug? Ja. Die Hälfte vom Tank nimmst du für Lebensmittel und dann schmarrn hier und die andere Hälfte fürs Wasser. Dann wirst du gut aufgestellt. Davon auch irgendwie so zehn Stück oder so, dann hätte man... Oder als Treibstofflager, weil Treibstoff wird sie sogar noch eher ausgehen als alles andere. Oh ja. Warum denkst du, haben sie im zweiten NET-Makes-Teil ein Tank-Cluster gefahren? Das müsste jetzt auch stehen und die Blotten rein. Ich mach schon. Ja. Wie soll ich die bitte schön sichern? Weiß ich nicht. Reinklettern. Drücke eh, um uns die Festplatten zu bergen. Naja. Fahrt einfach weiter. Ja, wir haben kurz den Eintypen von den Füßen geholt. Bring doch nichts, wenn er nicht tot ist. Ja, aber wenn du musst... Wird er auf? Ich bin doch schon das! Wasch mich! Wir sind immer noch nicht tot. Da, geil. Aber wir losen mal die da. Das ist so genial, wenn ich den Arsch schieße und die immer noch nicht tot sind. Wie viele Arschlöcher brauchen die Typen? Genug. Ja, nochmal Punkte gekriegt. Und wir haben dich sauber gemacht. Na, da guck ich mir an, wenn ich gleich... Ähm... Ernsthaft, Jura? Die läuft bis so eine S.O.P., wenn du griffst. Packen sie direkt ab. ... ... Ruust. Du sollst nicht die Autos von denen sauber waschen. Müsste ich eigentlich ertrinken irgendwann? Hör auf! Sie sind die Farbe nicht. Reintrinken? Ich müsste nicht irgendwann mal ertrinken oder so, wenn man den Thermal Wasser in die Fresse sprüht? Mehr Stücken. Mehr Stücken. In Vans, like that. I'm more of a universal income kinda guy myself. Haha. Well, uh, that'll at least keep the peasants happy. I don't know how heat-resistant Avon's Harddrives are, but I'd get over there. We're on a schedule here, okay? Well, we'll be able to do that. Genug. Ich meine, habt ihr da nicht einen, ähm, Anzeiger oder so? Nein. Warum müsst ihr auch weiterfahren? Dass ich den anderen Wellen löschen kann. Ich könnte wenigstens vorher Bescheid sagen. Ich bin aber nicht sauber! Wir Wichsen! Oh, Geld! Ich bin aber nicht sauber! Wir Wichsen! Weiß? 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 28 Öcken! Du bist doch voll was! Du bist doch voll was! Tja! Tja! Damit hast du innerhalb von so einer Viertelstunde mehr Geld verdient als im ganzen Jahr. Das ist so ziemlich mein Gehalt, wie es netto ankommt bei mir. Das ist dein Gehalt mit Prostituiertenzuschlägen. Und wahr meint, wie oft warst du jetzt schon auf den Strich? Gute Frage, nächste Frage. Apropos, Bommi, wir müssen uns ne Prostituierte zuleben. Keine Sorge, Jagor, ich helfe dir dabei. Ich hab schon mal ne Freundin angeboten, ob sie nicht mal ne Domino schmeißt. So ein Haustier quasi mit Leine anschafft, der soll bei ihr zuhause putzen und dann kriegt sie auch noch Geld dafür. Wieso renne ich hier rüber? Weil Jagor schon auf der Seite sitzt. Ja ne, ich dachte ich würde beim Fahrer einsteigen halt. Das kannst du leider nicht. Oh. Weil du nicht im Fahrer-Team bist. Wieso kann Bommi dann hinten auf dem Rücksitz sitzen? Was, Bommi sitzt hinten drin? Ja! Da ist jetzt vorne dran. Hä? Stimmt, die hintere Wasserkanone bewegt sich, er sitzt neben mir. Oh yeah! Denk ich, dass du nur, da hat Jurek gerade gleichzeitig mit mir angefangen zu fließen. Müssten wir eigentlich so viel Masse mit dem Wasser haben, dass wir hier einfach wegrammen könnten? Ja, aber wenn so ein Fahrzeug gegen dich fährt... Wir haben doch trotzdem mehr Masse und Geschwindigkeit in dem Fall dann. Wir haben das größere Momentum. Wir haben ja auch schon wieder eine Navi geholfen. Wir haben ja auch schon eine neue Selle. Wir haben ja wirklich einen Schlag über den Abbau von Flucht und verlassen. Wir haben ja keine Energie in gewissen. Wir haben ja auch schon weiteres gearbeitet. Wir haben ja schon noch eine Unteranksteine. Mann, ich schwinge Das könnte wärme gewesen sein, der gerade überfahren worden ist Was, wenn wir da fahren? Los! Ich hab jetzt nur noch meine Pistole, wie dumm Lenk, Lenk, verdammt, du sollst nicht driften, du sollst lenken Du kommst immer bis auf die Kurve Alter, schon wieder Ja, jetzt noch hoffen auf den zu ballern Jora macht einfach weiter Lass mich einsteigen, verdammt So, fahr, fahr, fahr Weißt du, wir da ja im ganzen hier diese Typen umschießen mit dem Wasser Da kann ich ja nicht mal die anständlich treffen Hinten Hinten Ruck mal drei Meter Ja Wer fährt? Ich War ja klar War ja klar Cool Cool Ja Aber dann kannst du so festhängen Aber von der Seite her Hinten Das steht Der NPC weiß auch nicht wohin Trink! Warum haben wir das Radio gefunden? Warum haben wir das Radio gefunden? Ich weiß nicht, wie die Hecht-Resistenz Eamon's Hard Drives sind, aber ich werde da oben. Sie versuchen mich zu entfernen. Put out die Feuer! Ich meine, sie wirklich versuchen dich zu entfernen. Wie viele Agents sind da? Wir sind da, warum sagt mir keiner was? Nein, hör auf sie mit dem Wasser abzusprühen! Wie soll ich ihre scheiß Köpfe kriegen? Dann zieh auf die hinten! Ich steig wieder aus, oder? Ja! Ja! Warte noch! Naja, es ist ja schon! Ich hab's grad gesehen! Alter! Was? Warum steigst du aus? Ich bin nicht ausgestiegen! Ohne Scheiß, ich bin gar nicht ausgestiegen! Was zum Fing? Was hast du dann gemacht? Nichts! Das ist ja vielleicht das Problem. Scheiß doch einfach! Ah ja! Meine Fresse! Wir hätten jetzt schon wieder auf Schnellstart gedrückt! Ich konnte nicht immer Rüstung nachkaufen! Jago kommt auch gut ohne Rüstung aus! Ja toll! Aber ich sag mal! Ich werd permanent getroffen aus irgendeinem Grund! Aber Diago steigt auch aus und er kommt ohne Rüstung klar. Ja und? Das ist Jura, ne? Das ist auch Jura hier. Oh, jetzt muss ich ihn mal fahren. Okay, Baumi fährt mal. Fahr! Baumi? Ich fahr jetzt! Nein, Baumi fährt nicht! Baumi ist... ...is connected. Wunderbar! Wirklich? Ja! Baumi? User in your channel timed out. Er ist ausgetimed, nein! Endlich, jetzt kann ich... Ich fahr mal. Ja, die muss ja wohl. Können wir das überhaupt zu dritt machen? Ja, wir können die Basismission sogar zu zweit machen. Okay. Kann man die dann auch zu acht machen? Nein, leider nicht. Ja. Es gibt aber Missionen, die kannst du zu sechst machen. Ja. Ja. Baumi war befordert, das Internet war befordert, damit er jetzt fahren sollte. Ja, hat er Pech gehabt. Ich mein, er hatte seine Chance zu fahren, er hat sie nicht genutzt. Also, so kann man es auch sehen. Einfach so, Baumi, fährst du noch oder disconnected? Ich hab keine Ahnung, was da vorhin passiert ist. So, what the fuck? Ja. Disconnect. Welcher? Sofortiger. Nee, bei mir. Du bist einfach ausgestiegen, ist meinst er. Nee, bin ich ja nicht. Du bist aber einfach ausgestiegen. Zumindest dein Charakter ist einfach ausgestiegen. Und du kannst das nicht verneinen. Er ist ausgestiegen. Ja, fuck. Hast du mich denn einfach ausgeschmissen? Ha, Puppet. Die Mission ist gescheitert, weil wir müssen jetzt wieder zurück zum Bunker fahren. Zur Basis fahren. User entered your channel. Hi, Baumi. Ist das Baumi? Ja, sollst du noch sein. Weiß ich nicht. Schneewittchen. Wie wärst du damit? Das ist Schneewittchen. Nein, eigentlich muss ja nur einer von euch zum Bunker fahren. Uh, ein Motorrad. Ja. Jaguar? Ja. Was ist? Kommst du mit? Ich steige halt bei dir ein. Wann, wann rennen, wer schneller da ist. Weißt du auch, wo mein Bunker ist? Wo meine Basis? Ja. War doch irgendwo in den Bergen da, ne? Ja. Okay, ich weiß es nicht. Warte, das sind Produktivitätsvorräte. Achso, das ist für eine Person. Ah, das lohnt sich nicht. Ich gebe dir den Schlüssel wieder. Ich habe dir den Schlüssel gegeben. Und ein Ring deiner Großmutter. Sie wurde mit dem Ring begraben. Okay. Warte, dann bin ich diesmal der Fahrer. Dann überlebe ich auch eher. Du kannst Beifahrer sein. Eigentlich will er Fahrer sein. Er will Busfahrer sein. Ja! Will er sich auch noch einen Bus bauen? Keine Ahnung. Wird gerne ein Glücksbäschi sein. Hey, ich habe Standorte. Yay, Papa, das ist nicht so disconnected. Nein, ich bin noch in der Lobby. Ja. Sind wir eigentlich vorhin in den langen Weg gefahren? Ah, jetzt. Uh. Sehr schön. Kommst du auch mit in den Bunker? Ja! In den Führerbunker? Ja. Mein Führerbunker ist das. Ich hocke in meinem Bunker mit anderen Baleen. Ich finde mal interessant. Eigentlich müsste auf der Plattform dieses Display da kaputt gehen. Warum? Oder fährt die Plattform nach unten? Ja, die fährt nach unten ein Stück. Ah. Bei mir ist es kein... Ah doch, hier ist es... Okay. Ich hocke in meinem Bunker mit Baleen. Glocke in meinem Bunker mit Baleen. Glocke in meinem Bunker mit Baleen. Ich habe keine Ahnung. Ein Spiel mit einem Bunker. Ja, wo du in einem Bunker bist, du musst rauskommen und die Atombombe zünden und... Das war Fallout 3. Nee, 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 nee. Es war nicht Fallout. Ich kenne nur ein Spiel, wo ich aus einem Bunker rausgehe und eine Atombombe zünden. Ich denke vielleicht eher... Könnte ja auch sein. Der andere ist nicht so ein Geist, der dann durch die Türen gehen kann und du musst halt Schlüsselkarten suchen gehen. Ach so, ähm... SCP meinst du? Kann sein. Das könnten wir mal wieder spielen, zu 6 oder zu 8. Das wird lustig, oder, Waumi? Vielleicht. Mit 8 Leuten bestimmt. Da könntest du mal deinen Bruder dazu suchen, dann können wir mal so eine kleine Landparty auch noch veranstalten, Baumi. Kriegen wir da 12 Leute zusammen. Und da war meint, du könntest mal ein Streaming-Event machen und immer wieder Werbung dafür machen, einen Monat lang, und an einem Wochenende schmeißen wir es dann mit deinen Zuschauern. Mit meinen Zuschauern, ja, ja. Mit welchen Zuschauern? Mit den zwei. Also, ihn selber, mich ab und zu. Ja. 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 Ja, sie ist scheiße. Ich geh hier rüber. Ich find doch genial, wie er hier sitzt so. Als wär ihm halb kalt. Oh, Mann. Oh, jetzt ist auch die Scheiße unter seinem Auge weg. Wow. Jura sieht gar nicht aus wie Putin, ne, ist klar. Wie Putin mit vielen Haaren. Mit den langen Haaren. Juras Haar kann im Wind wehen, das von Putin nicht. Kann Bommi sich noch dazusetzen. Kannst du endlich starten? Ja, kannst du endlich starten. Auf Bommi gewartet. Die Transe neben mir macht mir Angst. Die Transe neben dir kommt dir gleich ein Stückchen näher. Ja, bitte. Dann kann ich den Arsch versuhlen. Oh ja, bitte, bitte. Oh, warum hab ich schon wieder keine Ahnung? Warte, noch einen Moment. Ich muss mir noch eben... Ich muss mir für meine Mikro-MP noch Munition kaufen, weil... Die ist mir vorhin einfach ausgegangen. Ey, ich war nur nicht fertig! Ich war nur nicht fertig! Du kannst eh, wenn du vorhin sitzt, keine Waffen benutzen. Du hast nur Wasserwerfer. Mehr hast du nicht. Ja, tanz' da wieder aus der Reihe. Bin's nicht. Der mit den schönen Augen. Der Schwuchtel, also. Der Schwuchtel, also. Die Schwuchtel, wenn ich mir bitten darf. Nein, das Schwuchtel. Es Schwuchtel. Domi, wann schauen wir denn eigentlich Stephen Kings Meisterwerk SS an? SS? Was? Schindlers Fiste. Was? Schindlers Fiste. Ja. Ja. Weißgekrönte Wintersport-Doku. Sooo, den Staub schön wegwischen. Ja. Ja. Wir haben zwei Teams hier. Das funktioniert leider nicht mehr. Ja. Das ist nicht mehr GTA 3. Boos. Das ist schon gar nicht GTA 2, aber du regelrecht eine Rakete dann gehabt hast. so die natür noch ein bisschen gießen meinst ballast abwerfen ja ballast abwerfen genau abnehmen ein feuer vor sachen weil die regentropfen lupen effekte bilden so mit feuer zünden können waldbrand auf weg dann droht um mit jago der wüste sind der wüste gibt es tatsächlich in faktoria auch sobald die flammenwerfer erforscht haben sobald ihr fall brennende erforscht habt flammenwerfer und flammenwerfer munition reicht nicht noch für die brandrodung ich schaue mich wenn wir hier mit polizisten ansprühen ob die dann auch angreifen ich glaub schon 10 punkte ravenclaw jain willst du schon wieder oder was ist schon wieder ein stream auf nebenbei ja ich stream das hier natürlich klar er streamt ich streng tankere oh gott wir haben zuschauer welche zuschauer wenn du keine zuschauer hast warum streamst du überhaupt wir holen erholt er macht er wir holten jetzt einfach weiter da vorne ist noch einer Dann könnte Jura mal... Hast du mir durch? Nein. Nein, natürlich nicht, du Trottel. Ah ja, Baumi. Äh, Jura, das ist ne gute Idee eigentlich. Warte, Jura, lass mich mal. Nimm dir einfach noch ein Fahrzeug. Ja, mein ich ja. Warte, bis das Team in dem Wasser... Im Wasserwerfer ist. Einfach weiter. Wo muss ich denn hin? Das ist die Sache. Dann fahr voraus, die haben auch. Jura macht Pause. Ist hier. Stimmt, wir könnten Rambock spielen hier. Ja, kommt nur her. Kommt nur her, ihr Mixer. Was finden die? Da sind doch immer welche gekommen, ne? Wir müssen doch alle noch in den Wasserwerfer rein, damit die Müsse schon eigentlich weitergeht. Was? Puuust! Puuust! Jetzt fahr mal grad aus, Junge! Puuust! Puuust! Hä? Fahr einfach hier vorne lang. Fahr jetzt nicht, Jago. Ihr könnt da ruhig langfahren. Wo müssen wir jetzt überhaupt hin? Hier. Jago, wie bist du da runter gekommen? Ganz normal. Gefallen. So nennt sich sowas. Jora, dein Leben ist ultra low. So, jetzt steigen wir in das scheiß Fahrzeug rein. Ah! War, meint? Du musst auch. Du musst auch mit einsteigen. Ja, fahr noch über mich, ist klar. Ne? So. Bambi, kannst du holen gehen. Hey, du kannst dich schon mal drehen. Lade ich da gerade. Warte, lieber Baumi! Lass mich doch einsteigen! Stopp! Du hast glaube ich gerade die gleiche Idee wie ich hier war, oder? Ja, einfach mit ein. Weil die Sache ist die, dann haben wir wenigstens keine Verfolger. Ja. Ich glaube wirklich schon drin, was kommt trotzdem welche. Ja. Egal. Weil jetzt nicht mehr. Doch. Hinter euch. Na, jetzt wird gesagt, warte bis das Team Wasserwerfer drin ist. Dieses kleine Stück Blech davon, weil das Schilddienst ist ziemlich stabil. Das ist glaube ich auch aus Kumpstahl oder so'n Shit. Fahr, fahr, fahr! Das ist Stalinium. Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Das ist Isinium. Das Oxium. Ne, Oxium ist was anderes. Das ist auch schon... Das ist Stalinium. Es ist Metallium. Es ist Metallium. Einfach Bomi, der Einzige drin ist, der hier bleibt. Im Wasserwerfer und ihr Buddy schreckt immer aus. Der hat uns gesehen! Der hat uns gesehen! Bei mir ist er jetzt gerade erst umgefallen im roten T-Shirt. Oh oh. Ah! Danke. Danke, was? Du bist soweit nach vorne gefahren. Hier haben wir das Gebiet verlassen. Wir müssen Wasserwerfer sein, um da überhaupt reinfahren zu dürfen. Achso. Ja. Nein, nicht... Macht ja nix. Jetzt spawnen wir da hinten halt. Müssen wir doch mal hier hinfahren. Ja. Wenn wir nicht einfach jetzt all air steigen. Ja, wir steigen alle hin. Und damit werfen wir in den Wassertank rein. Und wer ist da voll? Spiel mal das Spiel. Halt die Luft an. Halt die Luft mal an. Ja, klar. Wie in Borderlands 2 mit Debschäft. Weich hier den Plasmastrahl aus und fall nicht in den Säurefass. Ja, diesmal fahr ich. Dann fahr besser als ich. Ruhig. Definitiv. Jetzt brauche ich einen Gebiets-Tisch. Nyong nyong nyong. Welche Hexenrituale muss ich durchführen, damit wir heile beim Ziel ankommen? Alles. Bzw. lebend beim Ziel, weil heile kommen wir so oder so nicht an. Was sagt er jetzt? Ja, du sollst besser fahren als ich oder wie? Ja, toll, ne? Du sprühst ja auch mit deinem scheiß Wasser hier. Das nächste Mal fahr ich einfach. Der jetzt lenkt mich nicht ab hier. Ja? Fahr, fahr, sonst wird ich vielleicht umgeschossen. Drück M, Inventar, Snacks. Oh, ich habe einen Meteorit. Warum hast du dir im Bunker keinen neuen geholt? Wann sollte ich das bitteschön? Gehst du in irgendein Supermarkt? Was denn hab ich alles schon wieder leergefrisst? Ja, schieß mal den Fahrerblatt, Jorge. Mach du das besser. Ich kann ja nicht schießen, ne? Wie du schießen kannst. Und fahren auch nicht. Wie ich hier dort abgelenkt werde von euch. Wir haben nur den Wasserwerfer. Wir haben keinerlei Waffe außer den Wasserwerfer. Außer wir steigen raus, aber das wäre dumm. Ja, mate. Ja? Ich mach ihn fertig. Ich mach ihn sowas von fertig. Darauf wärs besser gefahren, ich oder er? Selbst ein Blinder fährt besser. Ich hätt... Ich hätt... Ich hätt ja jetzt gehofft, dass halt... ...da es wirklich wäre durchzufahren. Aber nein. Offensichtlich nicht. Aber da kannst du jetzt durchfahren. Ja. Lass mich gleich aussteigen gehen. Was? Weiter, 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 weiter. Ohne mich umzufahren. Was scheiße auch da und der Seite aus. Mann! Wie soll ich denn sonst aufsteigen? Sie sind gleich kaputt, die Sachen, wenn sie nicht löschen. Was zum nächsten. Nächsten beiden. Hey! Ich mach den hinterher und du fährst davon zum anderen Verschreck hin so. Ich bin tot. Nein! Nur weil ich ihn angefahren habe. Jetzt fahr ich. Jetzt fahr ich. Kannst du auch einsteigen als Fahrer? Ja. Wenn er als Bergungsteam einsteigen kann, kann ich's auch. Er ist Fahrer. Du und Baumir, ihr seid Bergungsteam. Ich und Warmind sind Fahrer. Jetzt kommt's. Sehen wir gleich. Die Realität fällt auf ihn hinab. Oh shit. Nee, diesmal fahr ich besser. Keine Sorge. Jago fährt jetzt mal. Wenn ich darf. Wenn er kann. Also fahren kann auf was darf, ist die andere Sache. Ja mein ich. Ja. Und Jago, kannst du? Nein. Der konnt gar nicht, weil er schon eingestiegen ist. Als Fahrer. Du musst aussteigen. Komm. Nein, das haut nicht hin. Komm. Nicht drauf klettern. Komm doch. Dann fährst du halt so mit. Lass mich mit drauf. Achtung, Kopf einziehen. Du darfst nur nix ran. Dacht sich's so leicht. Da vorne kommt gleich der Rammbock. Oh, da ist ein Bus. Sehr, sehr. Hm. Oh stimmt. Weißt du, wo du hinfahren musst? Ja, weiß ich. Nein, du markierst es jetzt nicht auf der Karte. Du siehst auch nicht auf der Karte, wenn das markiert. Soviel zu nix rammen, ne? Hört auf mich abzulenken. Und ihr da oben. Aaaaah. Können wir irgendwie mal in Normalform? Anscheinend nicht. Wer sprüht da auf mich wieder mit Wasser? Der Wissen ist, es trifft ja doch nicht mal. Man. Puppet, steig ein, bevor der Reifen weg sind. Oh, ich hab ne Idee. Puppet, du kannst ja damit sicher weit schießen, oder? Mit Granatwerfer? Ja. Schon. Ja, die Schramme kann es selber bezahlen. Naja, das ist noch mal eins weiter, du... Das ist hinter der Brücke. Hm. Joachim, wenn ich passend fahren könnte, könnte ich dich da runter knocken. So, und jetzt hier rein. Jetzt. Ja. Hä, wieso hier? Fuck. Wirst du gleich verstehen. Ja, Puppet, steigen, Puppet. Tommy. Äh, denkst du, denkst du, musst rein? The fuck. Ist er von euch ausgestiegen? Nein, Puppet ist nicht rechtzeitig eingestiegen. Niemand steigt mir oben drauf, das ist mal sicher. Fünf Minuten, ohne irgendeinen Scheiß zu bauen. Ist das möglich? Ja. Also, boah, mich kriegt's ja hin. Nein! Nein! War geil aus, ne? Wenn man nichts mehr sieht. Ah, sehr gut. Ja, aber... Dachte was. Ja, aber... Dachte was. Ja, Stück! Können wir nicht irgendwie beim Tankwagen das ganze Ding mit Kerosin oder so auffüllen? Aber das wär doch kacken, wenn wir sonst ins Feuer spritzen. Ja, Gott. Sollte ja auch Feuer spritzen, Junge. Oder zumindest... ...was Brennbares. Aber wir wollen auch Feuer ausmachen und nicht Feuer heißer machen. Ja, dafür ist er der zweite Tank da, ne? Wer weiß, vielleicht laufen beide über einen Tank. Wer weiß? Wer weiß? Wer weiß? Wer weiß das schon? Niemand. Der Hersteller weiß es. Der Hersteller weiß es, ja. Der Hersteller weiß es, ja. Wie das von der Kameransicht aus sieht, wenn fünf, sechs Leute jetzt plötzlich zur Seite kippen. Wow, wir haben einen Boost gekriegt, aber der war falsch. Getimed. Ja. Eigentlich wollte ich ja hier landen, ne? Ich nehm' ich von hier aus gesagt Puppets. Ich könnte nämlich hier mit dem Granatwerfer die Typen schon ausmachen. Jetzt fahr nach vorne. Wollt aufpassen, dass der Eimer nicht erschossen wird. Dann mach da die anderen aus, der hinter uns ist. Häng in der! Extinguish! Extinguished! Go for it! Okay, now wait for the salvage team to do their thing. Hey, jetzt fahr nach hinten! Hör doch was! Da ist grad'n Bomby ausgestiegen. Ich steig' gleich noch was aus. Los, fahr mal zurück in das Fahrzeug. Warum hier nimm A, ich nimm D. Ah, shit, alter. Jetzt mal war ich's nicht. Ich geh' wieder ins Sammelteam rein. Das andere ist mir zu langweilig. Dann müssen wir komplett abbrechen. Nachher halt. Falls wir's nochmal machen, meine ich. Also, falls ich eine Mission nochmal irgendwann kaufe. Jo. Wie, man muss die kaufen? Ja. Man muss die, ähm, die Mission im Apartment auch dafür bezahlen. Das ist aber scheiße. Das ist aber scheiße. Dann heul doch. Ja, tu ich doch. Ach. Heul leise. Nein. Ah ja, ich brauch's schon gar nicht versuchen. Ach, komm. Ach, komm. Ach, komm. Hey, just think about it, Crest. After the machine learning revolution, it'll be us and our high towers. Ich seh'n den Notrufsignale aus. Ja. Oh, der Scheiße Bus. Ja, dem hätt's ausweichen können. Wenn wir jetzt bei Speed, würde der Bus in die Luft fliegen. What? No, it's a deliberate program. God damn it. Was macht der Bus da vorne? Der hilft uns. Nee, der Bus fährt einfach im Kreis, weil das so einprogrammiert ist. Seiner KI-Spawn-Zyklus. Es ist seine Busroute. Nach da vorne umdrehen. Den einen Typen hat er grad weggerammt. Ich glaub, der wurde von dem anderen mit rüber gerammt. Nein, der Busfahrer war das, das hab ich gesehen. Hinter uns sind Fälde. Ach was? Wenn ihr den Fahrer erwischen könntet, ne? Was, wenn wir wieder in der Gasse, in der Zuggasse durchfahren, dann wären wir direkt bei dem Zeug da? Nee. Hier? Nee, weiter, 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 weiter. Normale Route. Vor allem, wo ich gleich aussteigen und in das Fahrzeug rein, da, oder was? Meinst du da vorne, nicht so großer? Weiter, weiter, weiter. Geradeaus oder links? Fahr weiter einfach. Links? Die Straße da. Die angezeigten Straße, meine ich. Ich frag, geradeaus oder links? Fahr weiter. Ich will weiterfahren, dann kommt links. Sag doch, links. Und jetzt? Rechts. Die Scheißhöhle da rein. Ich bin jetzt rechts oder links eingestiegen, oder? Ich bin jetzt rechts oder links eingestiegen, oder? Ich bin jetzt rechts oder links eingestiegen, oder? Beide? Ah. Ich bin jetzt rechts bitte. Fahrwerk quaz. Masters In being Getting his to the bleibt sie auch stehen sitzt falsch noch mal blöd ist du kannst auch kein kein c4 ausschießen wir sehen wie du c4 schießt heißen werfen ich steig rechts vom ding sein fahrer oder also beifahrer seite und kein wasser sprühen danke ich schnapp mir kurz das rechte du schaltest schon mal die gegner links aus dann lauf ich und schnapp mir schon mal die zwei kisten ah schade fahrerausfahrer ja nur bringt das nix oh meine fresse jetzt hör auf links jetzt rechts jetzt rechts meine fresse nein das machen wir nicht nochmal wir haben es doch gerade ausgemacht dass man dann direkt bei den ersten zwei aussteigen auf toll du bist jetzt schon wieder gestorben wieso bist nicht ausgestiegen so wie du wolltest du nicht so gefahren bist wie wir wollten ich stand aber da er ist auch ausgestiegen aber du hast ihn von den füßen gerissen ist als tot ausgestiegen nach der mission gehe ich wieder faktorio spielen ganz ehrlich das frustriert wenigstens weniger du fährst wieder in die verzuggasse rein und dann steige ich rechts aus und warum steigt links aus warum ich verteile dich die scheiße kurz ich hole die kiste und lauf zur nächsten kiste es ist der plan und diesmal stehen bleiben und ohne irgendein wendekreis ohne dass sie im blut fährst ich fahr ja nicht also eine vorbereitung hätten werden wir bei der mission der wachs das tue ich mir heute nicht mehr an wenn wir schon mit den vorbereitungen zwei stunden brauchen 3 also 26 uhr sind wir dran also brauchen wir jetzt fast schon vier stunden für den schmarrn ihr seid sechs stunden seit vier uhr oder sechs uhr dran dann schaltet ihr beiden jetzt endlich mal die typen hinter uns aus wenn ihr auch nicht so schwer sein oder welche hinter uns wo die verfolger die zwei karen wo ja jetzt sind sie nicht mehr da ne da oben auf dem dach da ist auch einer ja das sehen wir dann schon fahrt löscht die anderen bevor es zu spät ist aber jetzt bin ich aus der gefecht gewesen was waren denn die ersten vorbereitungsmissionen hier waren die vorbereitungen für die vorbereitung du musst ja schon mal die ausrüstung für die vorbereitungen beschaffen genau und das in der offenen lobby und wir hatten glück viele idioten die dir gerne dazwischen kommen ja wir hatten glück dass wir keine flugmotorräder oder sonstiges hatten ähm macht er halt nur delorians die fliegen genau neue lobby die beitreten oder so dann kommen wir in der lobby die wahrscheinlich noch schlimmer ist als die vorherige neue lobby beitreten und dann machen wir die mission schon wieder von vorne hä wieso weil du wenn du in der neue lobby beitrittst die mission beerblichst ah ja ja ist ja klar ja auch wieso hey ich dachte manche der sachen kannst du halt so schauen das nächste Frage wieso ich zur arbeit gehe ja wieso gehst du zur arbeit jura und wieso musst du miete zahlen ja und wieso ist die erde rund wieso kann sie nicht flach sein flach war zu teuer glaub nur rund ja die wollen das wenn ich fertig werde hiermit kannst du auch nochmal fahren dass ich zielen kann Jorah, du bist hier der Schütze von uns. Du kannst dich treffen, wenn du ziehst du dich bewegt, oder was? Ich kann mich schlecht ziehen, wenn es mich da unten nach rechts und links verreißt. Ah, schneller, Bitch. Ja, genau, flüchte. Oh, Mann. Ich bin aus, weiter. Ja, hier steige ich jetzt mal kurz aus, hoppla. Ich gebe dir mal Deckung, die Jager. Ich stecke wieder ein. Farme ich. Da noch mit? Ne, ne, ne. Fahrt schon mal. Ich hole schon die. Ah, scheiße. Warum bist du nicht mit eingestiegen? Weil ich auch drin gestorben wäre. Das war ich jetzt schon. Warum wolltest du ihn unbedingt erschießen mit einem Scharfschützengewehr auf dem Dach? Hä? Ne, das war jetzt noch ein anderer, den ich noch gar nicht gesehen hatte. Jetzt oben saß. Ach so. Ja. Ich erinnere so, im letzten Moment, wenn du so mit einem Scharfschützengewehr auf ihn draufhältst. Oder versuchst gerade, wenn du so gestorben bist. Ja, Thaddeus. Ich würde da lieber aus dem Fahrzeug schießen können, aber, äh, geht ja nicht. Hey, just think about it, Crest. After the machine learning revolution, it'll be us and our Hightowers, eating poke and playing board games. While the slow to adapt are all out there banging the gates. All the doctors, lawyers, accountants, teachers, professional suckers from too many degrees. You and me, my friend and colleague, will be manning over water cannons. How, um, utopian. What? No, it's a blueprint for a perfect world. Why pay tax for crap services when you can look after yourself? I certainly make every effort to minimize my ability. Of course you do. Und, schmeckt's? Ja. Na, da könntest du theoretisch auch durchfahren. Aber egal. Ja, von da kommt ihr direkt auf die Schie. Ah, mein, du bleibst im Fahrzeug drinnen und du hältst X gedrückt. Genau, versteckst du im Fahrzeug. Äh, okay, das könnte jetzt schwierig werden. Ich bin ein von. Weiter. Nein, 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 nein. Der ist gelöscht. Ja. Fahr rückwärts auf den Drauf. Genau so. Wir geben der Ergon unsere Deckung. Bleibt so stehen, dann gebt ihr uns besser Deckung. Ja, das war ja meine Idee. Bauen wir auf dem Dach. Ja. Okay, direkt auf. Ah, ich glaub, ich geh lieber nicht direkt drauf. Da sind zwei Leute auf dem Dach. Der Ergon, willst du nicht einschleigen? Ja. Gerne. Äh, mach mal hier auf der rechten Seite vielleicht. Kann ich nicht. Wieso nicht? Weil er auf der linken Seite sitzt. Hä? Da passt der Winkel nicht. Bin zu hoch im Fahrzeug drin. Auf der rechten Seite, nieder auf der linken. Na, Jorah. Egal. Wenn sie zwei, drei Meter am Fahrzeug dran sind, ist es Feierabend. Bleib mal stehen, Mensch. Ja, Jorah, kannst, glaub ich. Ja, mach rein, Jorah. Mach rein, verlöse uns. Warte, wir haben D nicht eingesammelt. Ja, das kann sein. Steig lieber ein, Jorah. Rückwärts. Ja, ich wollte grad Dagon-Dion fahren. Gut erwischt, aber nicht tot. Immer schön Deckung geben. Jetzt fahrt zu D. Baumi, sammeln. Oh, Moment, aber da ist noch irgendwo einer da. Kannst du umdrehen, dann steige ich direkt so aus. Fahrzeug. Ne, los selber, mach schnell. Fahr mir runter. Er ist auf dem Weg runter. Pack direkt so ein, dass er rechts einsteigen kann. Stopp, 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 stopp. Er ist schon nah genug dran. Schnell Baumi, komm rein. Geht ja auch Zeit, auch noch. Tatsache. Ja. Haben wir noch vier Minuten. Wirklich. Für das letzte. Haben wir keine Scheiße bei uns, ist alles gut. Ne, auffallen alle. Next futtern. Panzerung nehmen, wenn wer hat. Ja, stimmt. Next futtern. Okay, jetzt haben wir auch Flieger in der Luft. Als wäre es noch nicht nervig genug. Wie kann ich helfen? Mal gucken, wie viele es diesmal sind. Am Stück. Ich hätte jetzt folgende Idee gehabt. Feuer löschen. Und dann sammeln sie sowas erst ein. Ja. Dann das andere, dann das andere. What? Ja, du versuchst, mir zu helfen und deins war noch nicht aus. Deins ist aus. Ja. Egal. Er ist ausgestiegen. Ja. Ja, ich hab's versehen. Da ist der letzte. Da. Baumi. Steig aus und hol ihn, sie vielleicht. Da ist der nächste. Nice. Sie werden die Files jetzt nicht mehr holen. Jetzt haben wir jetzt keine Zeit mehr. Ja. Naja. Hast du's geholt? Baumi, hol's. Iiii. 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 Du wirst mich auf den Weg zu lassen, Arm Army? Warte, du fahr noch nach hinten? Was mit dem links? Was kann man aussteigen? Jura, willst du nicht aussteigen? Du bist auf der. Du bist auf der. Ich bin auf der. Ich bin auf der. Bummi ist gerade rechts eingestiegen, der. Wir sind beide aussteigen, oder? Nein, wir sind rechts eingestiegen, oder? Hier ist rechts. Jura. Wett drin! Ja, ich weiß, aber Baumi ist ja auf der rechten Seite. Baumi, äh, ah, egal. Steckst du, Baumi? Oder du holst es einfach. Fahr nach vorne. Hier rechts ist keiner mehr. Ich kann ihn hier am besten vorher schützen. Fahr noch ein Stück nach vorne, ich erwisch den Typ nicht. Alle wieder einsteigen. Wir haben alles. Markiert wer für mich? Hey, uh, I've been thinking if your AI is so clever and he's gonna make all of us done it, how come he's stuck in a hard drive? Give him time, okay? He's mostly up in the cloud, but everyone knows the cloud is entirely unsecure, so some of him needs to stay fairly... analog. Anyway, I'd like to see you get cut into pieces, put in advance and burned in separate locations around the city. Well, then for my next trick, I'll pull a rabbit out of my ass. Please. You know what I miss? Not having a boss, you know, choosing scores, not hicking them forced on me. There was a reason I didn't go into government, or any regular equipment for that matter. Uh. Okay. It was really good. I was told, um... Um, was it wrong? Um... Um. 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 da hat sich regelrecht die scheiben raus gehören das erst jetzt wer fährt überhaupt ich und war mir schon gebetet und war mir schon gebetet fahr geradeaus egal las ihn fahren lassen wir müssen nach vorne hin deswegen habe ich gesagt fahr geradeaus dies ist das passiert wenn man hier auf mich hört jura hättest du nix gesagt hätte er es wahrscheinlich noch geschafft nicht dagegen zu kommen dass er ihn verunsichert zwei stunden später und wir sind fertig mit den vorbereitungen einen haben wir noch vor uns ich glaube ich gehe mir schon mal die haare waschen heute ich glaube ich gehe meinen golf hier richten vielleicht sind wir bis dahin fertig mit der scheiße jura hat platin und ich habe bronze verdammte scheiße nur wenn puppet fahren durfte so ein shit naja egal jetzt kann ich nicht mal meine 30.000 bekommen naja jetzt kann ich meine gesamten schulden an munition mal aufwahlen ich muss meine meine magazine nachfüllen hallo dann mach man mal keine schulden ich kann es ja nicht die cool verschießen die du nicht hast das ist aber irgendwie interessant du hast drei schuss schulden bei mir dann hätte ich gern zurück ja und du schuldest mir noch 20 granaten oder so voll für gestern für den scheiß terror den ich da veranstaltet habe beim beitritt der sitzung ist ein fehler aufgetreten nein 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 ach bei mir auch nein ich gehe mal kurz mir was zu trinken holen ja ich gehe faktorio spielen hä sollen wir dann den rest von der ganzen scheiße machen oder wie nicht heute doch heute kannst mich heute noch am arsch lecken wie die scheiße fällt ich haben du bist zu 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 z Amen. So, ich bin wieder da. Ja, WB. So, wer spielt jetzt noch alles GTA? Ja, ich. Will ja noch weitermachen. Dann können wir ja die beiden Missionen machen. Ja. Können wir morgen dann das Finale machen? Dann kann ich meine so viel Schussschulden auch bezahlen. Genau. Ich habe mich aber echt abgefuckt, einfach, dass ich da als Beifahrer-Dornen abgeballert wurde. Die mögen dich einfach. Ja, aber das Blöde ist, ich kann ja noch nicht immer sagen, zurückschießen, zwischen Wasser werfen und nimmst Feuer. Weißt, damit hätte ich ja noch mehr beitragen können wenigstens. Aber nee, ich wusste ja das Sprühen. Du kannst es von den Beinen wegfegen. Der Witz ist, ich konnte mit deinem Fahrstil eigentlich ganz gut schießen. Um ehrlich zu sein, ich habe relativ gut getroffen vorhin. Aber dann hatten wir ja die Rollen gewechselt. So, soll ich dann zu deinem Bunker kommen? Jaa. Muss man wieder spawnen, wovon Apartheid auf Bunker setzen. Paperti, ich bin dabei, eine Mauer zwischen Russland und Münster ziehen. Okay. Was? Schlau? Was ist meine Geschichte? Hast du euch schon eine Mauer zu Norwegen gezogen? Na, du meinst zu England? Nee, Norwegen. Ja, da müsste ich erstmal den scheiß Nest da freiräumen und das wird noch so eine Sache werden. Und was mit Italien? Das ist auch eine gute Frage. Erst mit damit, dass wir uns ein Fahrzeug bauen und dann einfach mal als Passagier und Beifahrer uns da durchballern mit Granaten. Aber bitte mit dem Panzer dann. Na, mit dem Fahrzeug. Aber so viele Bäume wieder sind. Für den Panzer brauchen wir Plastik und dafür brauchen wir das Öl. Okay, dann müssen wir nach Norwegen. Richtig. Also. Beim See ist meine Basis. Wenn du beim obersten Rennen in der Stadt und dann rechts am See. Sind wir in derselben Dobby? Ich hoffe es. Nein, zeig mal, wo die Spielliste an Spiele. Nein, sind wir nicht. Ich komme mal zu deiner Lobby. Okay. Er hat ja immer noch zu fürcht. Jo. Nein, eigentlich zu dritt. Die anderen zwei zählen nur als Halb. Hörst mich mal. Oder war das auch nicht. Oder war das auch nicht. War mein du, Dobby? Ja. Hm? Willst du immer noch Heists am Machen oder macht ihr jetzt was anderes? Die machen noch Heists. Also die machen Heists wie wieder Faktorio. Achso. Wir machen letzte Vorbereitung von einem großen Ding. Und das große Ding machen wir dann morgen. Das große Geschäft. Genau, das Atomoboot. Clown. War der gute Baumi. Warum kaufst du eigentlich die kleinste Panzerung? Oh, sorry about the smell. Er hat ja noch nicht freigeschaltet. Ich wollte gerade sagen. Er hat gerade gesagt, der vorletzte. Er hat die vorletzte schon. Ich... Da wissen Sie, ich hab... Äh... Einfach aus Reflex die erste geholt. Und eine große. Hab ich gesehen. Dann würde ich halt jetzt mit einer M drücken auf MWZ, Panzerung, die kleine anlegen und dann eine große kaufen. Aha, Haftbomben nachsetzen. Also ich bin am Bunker. Wo bist du? Am Bunker. Oh. Geld aus. You need a receipt for taxes? Also ich 35.000, alle aufm Kopf rauen, John. Ja, nee. Es reicht nicht aus für das andere Teil, weil ich wollte. Willkommen, ich hab dich eingeladen. Ich hab mir ne Frage, wie kann ich, ähm, unter Q sagen, ich möchte jetzt, äh, Platz 1, Nummer 2 oder so. Wie kann ich zwischen den, den Nummern da wählen? Keine Ahnung. Welche Crew-Nummern? Frage mich aber auch gerade. Q. Q wie. Quelle. Quelle. Was hast du da für Nummern? Nummern. Hä? Du kannst, du hast, keine Ahnung, drei Nahkampf-Sachen, die du auswählen kannst. Wie kannst du das? Du kannst, wenn du Tab drückst, hast du das Waffenrad. Und da kannst du halt... Q drück und bei mir das Waffenrad. Ja, oder Q. Da kannst du aber mit dem Mausrad navigieren, ne? Ja. Wenn du mit dem Mausrad rollst, tust du dann... Ne, ne, das ist es ja nicht, was ich brauche. Ich brauche, wie sage ich, ich würde Nahkampf 1, Nahkampf 2. Achso. Ja, das, das will ich wissen. Du hast 1 Unbewaffnet, 2 hast halt die Nahkampfwaffe. Ja, nee. Da. Du kannst beim Waffen... Warte einen Moment. Wenn du ein Waffen... Ich kann grad nix testen, weil ich am Laden bin. Das frustriert auch. U-Boot-Aufklärung. Das verstört. Frustierst du, frustierst du uns. Ja, das können wir mit den Strombergs fahren. Oh, nein. Das Ding willst du machen? Reißst du denn ins Bett, ey? Ach, da muss ich schon fast pennen gehen. Ist ja schon 10 Uhr gleich, ey. Ja, halb haben wir schon. Komm, ich geh mir jetzt erstmal Haare waschen. Dann mach doch erstmal die Mission mit mir. Ey, Willian, ich merkste doch. Würde ich auch nicht wollen. Ja, mit dir will ich auch nicht. Hä? Mit dir will ich auch nicht. Ja? Ja. Okay. Ah, ja. Die können tauchen? Das ist geil. Die Stromberg können tauchen, die Jaguar. Die was? Die Autos, die wir geklaut hatten. Mit dem Laster. Achso. Die können tauchen. Was hast du erwartet? Die letzten Autos, die wir geklaut haben, haben fliegen können. Gut, aber ich lass euch nochmal alleine. Bis denn, ne? Ja. Aber ich glaub, ich bin ja auch erstmal raus von heute. Ich hab jetzt keine Lust, auf den zu warten. Kannst du ja bei mir mitspielen? Na, ich hab noch was. Ich muss noch duschen und alles. Ich muss noch duschen. Der Arme. Ja, ich brauch halt lange. Dann, wie ist morgen? Können wir morgen mit den Autos tauchen gehen? Wenn Baumjörn gegen Abend kommt, kann er dann mit. Die große Mission machen. Dann, bis morgen. Morgen. Dann, bis morgen. Okay. Jetztilerh. Ich hab noch. Jetztil. Mal. Hier ist nochmal. Und dann, bis morgen. cheik. Jetzt mit Puppet quasi in Faktorien der Todeswelt aufgemacht, wo die Viecher so aggressiv sind wie in Tower Defense im Prinzip hier und dann riesige Stützpunkte bauen. Ich glaube, die Scheiße ist irgendwie hängen geblieben. Kann das sein? Was ist das? Ich glaube, mir ist die Scheiße hängen geblieben. Mit GTA. Kann ich dir nicht sagen. Ah, so ein Scheiß. Wo ist Puppet eigentlich hin? Gute Frage. Ja. Ah, Mann. Mann, 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 Mann. Mann, Mann, Mann. Mann, 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 Mann Oh... Vielen Dank. 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 Er hat gesagt, my lord is Satan. Hi there, this is Bryony from Alan's Roam Productions. I was, uh, I was told you might be interested in participating in our online TV streaming live entertainment experience Arena War at the Maze Bank Arena. You look ready for a makeover. I was, uh, hi, yes. Ich bin aber vom TS weg. Ich bin aber vom TS weg. Der Gang sieht auch noch ultra-bitschig aus. Freddy ist schon gar nicht mit. Ich bin aber nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich habe ein Job. Ein Job. Ich bin aber auch ein Job. Ich bin aber auch ein Job. Ich bin aber auch ein Job. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Was ist das? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Ah, stelle Zeit, ich werde mal schauen, kann ich? Ahahahahaha! Was ist das, Maupagang? Ja, Fisch gehabt. Was ist das, Maupagang? Was ist das, Maupagang? Was ist das, Maupagang? Ich bringe es dir. Ach so, du sitzt direkt da drauf. Wie kommen wir denn? Was ist das, Maupagang? 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 Was ist das? Was ist das, Maupagang? 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 Morse Mutual Morse Mutual, wir sind hier zu helfen Ich denke, wir können das Am ich im Visiten oder etwas? Ah! Ungelieblich! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ich weiß, sie sehen eigentlich alle gar nicht aus wie der, aber egal. Ich weiß, sie sehen, sie sehen. Ich weiß, sie sehen, 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 sie sehen. Ich weiß, sie sehen, sie sehen, sie sehen. Ich weiß, sie sehen, sie sehen. Ich weiß, sie sehen. Ich weiß, sie sehen, 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 sie sehen. Ich weiß, sie sehen. Ich weiß, sie sehen, sie sehen. Das ist nicht der Typ. Das ist nicht der Typ. Ja, das war der doch. Das ist nicht der Typ. 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 und Mr. Butterknife Bata. 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 Then over here. Ja... Um. Aber sie müssen nicht zu sprechen. Komm schon, nicht verrückt. Start Spending. Brought to you by the Los Santos Chamber of Commerce. Vielen Dank. 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 Bye. Oh So. Tududududududu Das war's für heute. Ah! 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 Heads off! Holy shit! Fuck you! Fuck you! Shit, no! Fuck you! Motherfucker! Ah! Fuck! Fuck! Ah! Ah! I'm gonna die! I'm gonna die! I'm gonna die! Oh no! Oh my god! Oh no! Oh no! Come on, get me travelling! Don't come on! Let me run! 90. Only two was never locked in this dark... 50... Die, you fucker! That will hit them down! Give her in a Greek! I need to reload! Die, you fucker! Was ist das? Achtung! Fastburbs. Fastburbs. Das war's für heute. Was ist das? Oh 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 Cooles Outfit. Ja, Dankeschön. Habe ich 17.000 gestillt. Was? 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 Bin ich jetzt rausgegangen? The fuck? Nein. Und ja, danke für das Kompliment mit dem Outfit. Ich packe mal irgendwie was Tranziges rein. Oh, Mann. Kick your mouth. Ich packe mal. Du. Könnt manchmal echt platzen. Vor Wut. Natürlich. Boah, ey, jetzt lad. Oh, Mann. Werde ich noch mal irgendwas fertig kriegen heute? Weiß es. Stopp ist. Yeah. Oh. Oh. Alter, wie ich Angry Birds auch hasse, wie die Pest. Jedes verfickte Mal, das ist ein einziger Bastard, der überlebt, ein fucking einziger. Der überlebt er dann so lange? The pain is fucking real. Oh, Mann. Hey. Oh, Mann. Hi, King. Immer noch in Suchten. Naja, ich hab mir eigentlich als Ziel gesetzt, noch eine Scheiß-Mission für heute zu machen, aber anschein... Ne, 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 nicht mal. Aber der Witz ist... Jetzt hatte ich eine fast fertig. Oder verlasse ich die Scheiß-Lobby oder so, die Scheiß? Ach so. Eheh. Genau. Shit's whack, yo! Äh nicht. Wir können... Wir müssen ja nicht mal hier eine Mission machen. Ja, ich hab ja einen Hangar. Es geht ganz schnell hin. Der geht da. Abliefern kriegst du gut taus... Kriegst du wirklich tausend. Du kriegst... Wenn ich hier oben kriegst du pro... Boah. Warte, warte, warte. Ich hab hier irgendeine... Irgendwas interessantes. Oh, ne, natürlich ist es die Scheiße ganz da oben. Wieso ist die Scheiße da unten irgendwo im Norden? Was? Du zerstöre dies, zerstöre das. Ja. Du kriegst du pro... Boah, was ist das? Eine Stunde? Die geht her? Oder so? Ja, läuft. Da fliegt jemand mit nem Bomber heraum. Und knallt die ganze Zeit Leute ab. Keine Ahnung was. Der abknallt, aber der ballert halt einfach. Mal gucken, wenn ich jetzt der Host bin, dann... Dann kriegst du ihn einfach raus. Ob du der Host bist, das ist dann die Frage, ne? Ja, genau, das ist die Frage. Ja! Ja! Angry Birds! Ja! Angry Birds! Endlich! Ich hasse diese Sackgesichter! Sackgesichtigen Schweine! Ich bin nicht der Host. Du musst aufpassen, weil es gibt Modder, die können den Host einfach sich geben. Deswegen musst du aufpassen. Das ist mega. Ich geh halt immer raus, wenn ich nicht der Host bin. Dann rufe ich den den... Simbo. Simbo. What can I help you with? No problem. Give me a fucking job bitch! Ich komm grad in den Gitarren rein. Ja. Aber erst muss GTA normal starten, damit ich dann in die Besitzung rein... Ich hab vorhin, glaub ich, von ihm zwei mögliche Dops gibt. Haha. Haha. Ja, ey... Ich kann's endlich machen, dass er mir einen Sops gibt. Und das ist das Schöne. Weil der Andi, ich hab den Anruf nicht bekommen von ihm, das ist doch schön gefühlt. Nein. Was? Was? Wie platzt noch? Rechner. Und zwar gar nichts. Wir schon... Neunhundertfünfzig Taul... Gigabytes. Einfach nichts mehr übrig. Oh ja. Das geht so gut. Das höchstens, irgendwer hatte vorhin ein Kopfgeld von 7000 auf mich besetzt. Was anscheinend schon Luxus ist. Ich dachte mir, so auf Batch, ich bin mehr wert. Ja, das meiste, was du... Das höchste, was du draufstehen kannst, ist zu 10.000. Höher geht nicht. Ja. Ja, ist ja doof. Das musst du ja auch aus deiner eigenen Tasse nicht sagen. Ja, ne, das ist ja klar, das ist ja klar, ne. Ja. Was? Ich versuche mir hier diese... diese Nachtclub-Güter da zu schnappen. Hm? Wenn ich auf die Autobahn draufkomme. Ja, ist halt so. Ja, ich muss grad warten, bis es geht auch immer mit. Was? 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 Das könnte zum Beispiel. Würde ich mir das ja selber schnecken, aber... Ich brauche es nicht. Ich brauche es nicht. Schnecken mit Schnecken, hm? Was sehe ich mit Schnecken? Meine Drogenschnecken mit Drogenschnecken mit... Aber du, hast du schon mal Schnecken gesessen? Wenn mich jetzt mal brennend interessieren. Nein. Nein? Doch nicht. Äh, weil ich nicht die Möglichkeit dazu habe. Wie? Ja? Im Aldi-Tiefküll-Abteilung? Gibt's nicht. Hä? Wie? Den fuck habt ihr für ein Aldi. Ich weiß nicht, welche Aldi-Sorte ich habe, aber ich glaube, die gleiche wie du. Äh, wir müssen überlegen, jeder Aldi-Land ist auch anders, weil da auch Linder bezogen ist, ne? Wie? Okay. Luxemburg liegt näher an Frankreich dran als die... Ja, aber ich... Ich weiß nicht mehr, ob die Aldi Süd oder Nord haben, aber... Äh, der Wisse ist, ähm... In Trier kriegst du das Androm, bei uns kriegst du das, äh... Dass es in Trier nicht gibt, also das Gegenteil davon. Ja. Deswegen. Ich kann dir nur nicht sagen, ob im Trier jetzt Aldi Süd oder Nord ist. Du willst dieses Fahrzeug kennen? Ja. Heute tipp ich mal drauf, dass es, äh, fährt. Shit! Weg! Toll. War ich schon... fucking da. Ja. Ja. Nuclear checken. So, was ist das? Irgendein Spiel... Weiß ich nicht. Was ist das? Oh, ein Spiel. Äh, irgendein Spackenspieler. Ja. Muschi... Muschi-Träger hier. Na, leider doch. Was du eigentlich machen könntest, ist, wenn wir an die Schatz zu holen gehen. Ah, nee. Du kriegst da... 200... 250.000. Ich glaube nicht. Gratis. Ich glaube nicht. Ja, irgendwie nicht so gratis. Jetzt, 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 jetzt. Das ist eine 2-Spiel-Mission. Oh ja, bitte, bitte, bitte. Da. Oh ja, mir fehlen natürlich jetzt wieder Kohle, weil... Ich freu ihn... Diese Scheiß zerstöre alles in dieser Garage-Mission da gemacht habe. Ja. So... Ja. Bohrbomben sind voll... Ja, wo sind die... Da sind die Granaten... Ja. 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 Ich muss ja nicht... Ich muss ja nicht wirklich es einzeln machen, deswegen... Ja. Ich... Ich musste leider einzeln machen... Scheiß Ain't nothing but it Blah 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 Keine Ahnung Don't touch my car 2K 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 Sitzung wird gestartet, Sitzung wird gestartet 3 Jahre später 3 Jahre später Decken sie mich am Arsch Ja fuck Ich hasse Angry Birds so krass Einfach Ich habe einen anderen Vogel ausgewählt Ja Wer macht die Scheiße Nein Du hast jetzt den Vogel der ganz anfangs ausgewählt war so Nein hallo Wer versandt du es ausgewählt Ich bin ein Baum Hä? Munition ablegen Was? So Wo müssen wir jetzt hin Da wo der Cabrio ist denn 6 Kilometer Da kriegen wir runter Aua 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 Shit F9 F9 Um die Waffe abzulegen Mh Aua 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 Falter über den Berg Mir ist auch egal Ja mach du Harz Stein Oh es ist eine Tankstelle Wow Bäume Oh, dat waren Steine Warum steck ich da fest? Was ist das? Warum steck ich da fest? Warum häng ich da? Warum häng ich da? Warum? Oh shit, oh shit Nope, keine Bergabenteuer mehr Komm nicht ins Abenteuerland Nein, 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 nein Alles klein, bis sie ist, ihr habt sie nicht mehr alle Was denn? Wir haben sich gerade gegenseitig gegen mich gerannt GG Das ist jetzt nicht Autosteuerung Oder Ähm Authentischer Fahrstil Wahrscheinlich, ja In den USA fahren sie wirklich so scheiße Der andere hat nämlich den Fahrer vorhin gedreht Und der andere hat ihn nicht reingedrückt Ich meine, ohne scheiße Es gibt in den USA wirklich Leute, die sind so scheiße dumm Ich frage mich Nicht nur in den USA gibt es so voll Ja, aber ich frage mich dann immer so Wieso Wären so Leute dich erschossen Ohne Witz Du siehst auf den Kameras wie sie von der einen Stelle in die nächste reinrasen Und das ist so dumm Die dürften gar nicht existiert einfach Äh Ja, aber Wahrscheinlich sind die meisten Leute davon schwarz Äh, nein Nee Also Ich will sowas nicht hören Weiß Leute so sind schwarz Ja, ja Ist klar, ne Die meisten Leute, die abgekürzt werden, sind meistens schwarz Ja, nee Das liegt einfach daran, dass das ganz viele Polizisten einfach voreilig bringen Klau den Cabrio, ja, gerne mach ich Dann steht ja eh niemand, ne Warum stehen da Leute? Keine Ahnung Ich hab'n Hammer Ich hab'n Wagen Fuckface Bamm Hallo Ja, stimmt Die Leute sind einfach einmal vorbeigefahren, die auf den Schuh Ah, nein, das ist ein Polizist, das ist ein Polizist, ah Ah, das ist ein Polizisten Ich hab'n nix getan Der stand im Weg Ich hab' ihm nur den scheiß Schädenlein geschlagen Das war doch alles Das ist doch nicht zu viel verlangt Das war ein Gummihammer Mach' doch, ist doch nicht mein Problem Ist doch nicht meine Schuld, wenn er, wenn er so rumalbert, ey Arsch Ich würde die einfach nur so richtig behindert rumalbern, ne Du rührst die Leiste am Kopf und dann sagen die dann Ah, Kopfschmerzen, richtig Einfach nur, was? Ja, wie kleine Kinder Hä? Nun, sie aber in echt auch so Mhm Nicht schon immer in Amerika Und das Cabrio zurück Hä? Ja, ich bin nur ausgestiegen, um mich hier in der Ecke zu verstecken Wir wollen so wissen, dass ich hier bin, ne Was denn? Hier sind doch nur ein paar Cops Ähm Ja, bei meinem Park noch fett reinramm Die sind Fake Audi hier Ah! Thank you, my boy Thank you I am honored to call you my son Ah, Cutscene 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 Ich hab dem ernsthaft Lippenstücke verpasst Das ist nicht anders Oh, jetzt bin ich rank 25 Hardcore Wie? Hm, drei Blöcke noch Dann nehme ich den nächsten Rang Dann nehme ich den nächsten Rang So, jetzt habe ich alle Munitionen hoffentlich auf dem Max Machen wir noch irgendeine Hm? Egalwesen Äh Besucht Uh Hä? Was? Was? F-Mertz, Feißumsprung, Regner-Modus, Gegner-Modus Bis Glendewagen Hypercarsponsor Wenn dich mit dem Gesetz im S an Dinge willst Ist ein Wie Klassik Für zwei Arten wie Hä? Was, was haben wir denn jetzt gewählt? Ich hab nichts gewählt Die Zeit ist abgelaufen Oh, okay Wieso gibt's dabei eine Zeit? Gute Frage Oh, nee Nee Nö Nö Nö, da will ich nicht rein Was ist das definitiv ausgewählt? Ich weiß, ich wollte eigentlich das mit dem Stern da nehmen Einfach so in Richtung Okay Wahrscheinlich ist es entkommen Oder so Ja, aber keine Zeit ist durchzulesen Also, äh Was soll ich wissen? Oh, shit I know what this is about, bitch Halt K wie kann ich das nicht wissen? wie kann ich das nicht wissen? jetzt LADE SCHNELE BITCH! SCHNELE! das ist GTA Online es gibt keine Chance es schneller zu laden zu lassen ich wette sogar wenn du mit ner Terabyte Leitung da rangehen würdest würdest reichen nee, weil das die Server sind von Rockstar dann mein ich ja ja Segen weil meine 100k Leitung reicht auch nie dazu so aus ist dann auch irgendwie na stimmt auch noch was nicht hey, can I help you with something? of course, I'll send you something gib mir einen fucking Job Batch nene Ladevorgang Ladevorgaben ah, er ist mir bestimmt so ich muss mich schon beitreten da ich muss mich schon beitreten da ich muss mich schon beitreten da bei der ich glaube nicht, dass ich das Geld von vorhin irgendwie behalten habe oder was? ich glaube nicht, dass ich das Geld von vorhin irgendwie behalten habe oder In Richtung, ich hab gesagt Munition kaufen Ich hab genau den gleichen fucking Betrag da Wie ich vorher noch hatte The fuck The fuck, bitch The fuck Ich hab nun wirklich kaum was verwendet In Richtung Ich hatte keine Rohrbomben oder so verwendet Bin ja nur dahin gelaufen Und fertig war's Stimmt, ich muss In mein Auto einsteigen Bist du auch in der Garage bei mir? Nee, oder? Nee, ich bin da gesprochen Bin rausgegangen Und fahr jetzt da los Was ist das nochmal? Auto klauen Kack, ich glaub Karren zerstören Nee, du musst auch noch ein Auto klauen Oder nur zerstören Ah, warte Das kann ich machen Einmal so Wie ein Affe Alter Alter Ernsthaft Ernsthaft Wieso rammst du mich? Ich hab nichts getan Du hast mich gerammt Du Trottel Ich war nicht mal in der Nähe Als Als es in die Luft geflogen war Du bist bei den fucking Wagen gerammt Du Spass Ich war nicht mal in der Nähe Als es in die Luft geflogen war Ja, aber ich dachte Ja, ich saß da drinnen, Junge Hallo Meile Fresse Na, ich kann jedenfalls schon abgeben Das Auto ist bei mir nur weggeflogen Weil ich stand nicht in der Nähe vor mir Von dir gerade eben Deswegen Ja, nee, es ist ja explodiert Weil ich halt Sprengstoff geschossen habe Und so Aber The fuck Du hast mich regelrecht da in die Nähe gerammt Damit ich auch mit in die Luft wehe So ein Scheiß Ich hab ja gesagt Ich kümmere mich drum Ich stand da alle im Kreis herum Ich bin sehr viel dafür gekommen Bei mir sieht's aus Als würde ich eine fucking Windel tragen JP Was sind JP? J-Punkte? J-Punkte Oh Mann Boah, das war echt schlecht So wen ich hier bekommen Du, das war ein ultra easy Job Was willst du? Ja, aber guck dir das Geld an 5000 Damit kann ich die Hälfte meiner 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 Dingsschulden da Machen Äh Verfolgungsjagd Ja Das wäre eine Idee Weil ich hasse dieses 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 Gessess Squatch Teil Das ist einfach nur Ultrascheiße Ja Weil du fährst an der Ewigkeit Und nichts Wirklich Mh Mh So jetzt komm ich mir mal noch ein bissl weiter da Aber warte, das komm ich mir noch Aber ohne Scheiß nie wieder Nie wieder Alter Was? Du rammst mich noch ein mal Junge Und hab dich nicht geraumt Ja 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 Bei mir hab ich dich wirklich nicht gerammt Ja, bei dir Du, man setzt einen riesen Bogen zukünftig Und wie ich sofern ich nicht auf dich zukomme Oh, scheiße Ja, natürlich ist mein Wagen Das ist im Arsch Muss ich bei dir halt reinsteigen Morse Mutual We're here to help That transaction didn't go through Can you put some more money into that account and call back? I'm sorry I couldn't help I'm sorry I couldn't help Ja, natürlich kann's nicht helfen, bitch I broke as fuck wegen dem Clown hier Ey, ich habe nichts getan Außer mein Auto Nah genug rangepusht, damit's mit hoch geht Bei mir hab ich dich nicht gepusht Bei mir ist das auch schon ein Wechsel Alter, fahr mal schneller, Junge Und dann lässt du mich fahren Gut, dann fahr ich halt schneller Keine Fresse Jetzt fahr nur noch rüber mich drüber, Junge Das ist komplett Kannst ja da hinten bleiben, oder? Na ja eigentlich Was, die bewegt sich? Eigentlich wollte ich ja hier Alter, was habt ihr alles? Schiss Das Schiss, der bewegt sich So, endlich Raus da, Junge Es ist meine Karre Ähm Warte, Wand Meine Gen-PCs, ihr seht doch, dass ich da fahr'n Anstatt zu hugen, könntet ihr auch ausweißen Wie die Leute einfach sofort bei dem Unfall draufgehen So, du stößt sie leicht an Ja Oh, meine Fresse Nee, 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 bleib weg, bleib weg, bleib weg Alter Ich schmeiße gleich Schnafbomben ran Das will ich nicht über dem Typen hier machen Weg Ja, fahr nach vorne, Junge Drei Zwei Was machst du, Alter? Du bist doch behindert Wir sollen dir zurückbringen, stimmt ja Mit behindert, was hast du zu uns gemacht? Also, ich will ihn abknallen Was machst du? Puh Ich hab's ganz vergessen Meine Fresse Ich hab ihn sowas noch gekriegt Ich hab ihn ja nicht Ja, auf meinem Kartoffelchen ist mir mein Auge einmal in den Luft geflogen Ich hab noch eine geklaute hier. Wollst du mich grad abwerfen? Nein! Oh, Höchstchen-Werbung. Uh, Gueset. Ne, Gueset. Ich glaub, na stimmt. Mos Muzi kann mir eh jetzt nicht helfen, ne? Mos Muzi? Wenn du Geld hast? Die können dir dein... Du musst überhaupt mal deine Karren reparieren lassen. Ich hab ihn. Ah, die Scheibe sieht aber nicht mehr schön aus. Oh, Shit. Auch endlich mal geschafft, ey. Nein, ne. Weil ich... Ich kann über seine Leiche nicht hinwegfahren. Ja. Er springt. Warum krieg ich Sterne? Ich hab nichts getan. Du bist ein Mitverschwörer. Ich hab... Ich kenn den Typen gar nicht. Huiiii! Huiiii! Ich kenn den Typen gar nicht. Den ich grad... Den... 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 Den ich grad erst überfahren hab. Den kenn ich den gar nicht. Polente, Polente, Polente. Ja, du bist doch selber schuld, sonst brauchst du auch ein Auto. Wieso verschlag ich mich so krass mit dem Auto und überlebe es, oder? Alter, der... Der Wagen ist Schrott. Der Wagen ist Schrott. Totalschaden wegen Karosserie verbogen. Weißt du? Ja, super. Ja, ne, eigentlich ist er... Äh... Äh... Ähm... Ähm... Werde ich jetzt gesagt? Totalschaden, ja. Ja. Ist er auch ein Totalschaden. Oh! Aus dem Weg! Aus dem Weg! Aus dem Weg! Wahnsinn, Digga! Mit... Korketsch oder was auch immer! Stavix! Verpisst euch! Geht weg! Out! Ab! Weiß gar nicht, wo ich hin muss. Im Autohaus? Oh, jetzt. Ja. Wir gelbe Linie der Folgen. Gelbe Linie! Gelbe Seiten! Oh! Woher kannst du das denn? Gelbe Seiten! Äh... Huie! Hehehehe! Hui! Hehehehe! Ja, so kann man auch... Die straßen hohen. Hehehehe... So, jetzt guckt ihr mal genau an, wie die Karre gerade aussieht! Hey King, guck dir die Karre mal an. Nope, 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 ich geh abgeben. Bitch. Aber ernsthaft, guck dir die scheiß Karre an. Warte, sieht man sie in der Cutscene? Bitte. Nee, grad so nicht. Na doch. Warte, die sieht ja da noch ganz gut aus, aber ohne Scheiß. Nein, der hat sämtliche Bleche gefehlt. Ohne Shit. Oh Gott. Da sprengt der mich an der Luft. Ich musste quasi 8000 zahlen. Also wir haben sowieso fast gekriegt. Ich musste einfach 8000 zahlen, weil der voll schuldig ist. Respekt an. So, äh, 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 äh. Zwei mal mehr EP. Zwei mal mehr gerne. Radikalkur. Das ist es gleich wie vorhin. Das darf nicht. Was, radikalkur? Doch. Ja, aber das andere war eins, wenn du doppelt gegen kriegst. Mir doch egal. Doppelt Geld? Mehr Geld. Ja? Nein, aber besseres Geld. Alles Geld ist gut genug. Ach so, ja. Mach, mach du mal eine. Ich mach mal kurz einen neuen Ordner. Hier rein. Klatschen. Ah, bald hab ich es voll. Ja? Ja. Dann hab ich keine, keine Munitionsschulden mehr. Ich schulde dir drei Kugeln oder so'n Shit. Ja, drei Kugeln, komm! Ah! Alter, wie ich Rap hasse. Rap ist so ultra scheiße. Mh. Es gibt einzelne Rap songs, die ich okay finde, und... Sie sind wenn, dann von eh... Von Eminem. Ja. Fitsbill wird gestartet. Ja! Und da fucking hüühuhätle! Den kannst du mir theoretisch auch überlassen, den Job Bevor du mich noch einmal tötest Kannst du deine ganzen Karren mal reparieren lassen Du meinst die eine, die ich gerade eben repariert habe? Alle meine ich Ja, das war die einzige, die noch da rumsteht Den Rest steht in der Garage und gammelt sich und versichert Ja, und wieso kommen die da nicht? Hä? Ich dachte, der würde immer das nächste Freie nehmen dann Du könntest immer das Auto nehmen, was du haben willst Warte, ich muss mal kurz was umstellen Nehmen wir mal deine Karre, weil meine steht Ja, ich muss auf Freunde stellen Dann kannst du nämlich auch fahren Ich glaube, dann gehe ich mal kurz irgendwo hin, wo mich die Polizei nicht abknallen kann, gleich Ich krieg da angeb... Warte, warte, warte mal Guck mal, das ist direkt hier Qualität Oh, ich vermisse die... Jaaa... Was zum Teufel? Jo, fertig Komm her Wissen du Komm her, habe ich gesagt Die Karre ist einfach... Die Karre ist einfach... What the fuck? Alter, wie du ultra verzögert bist, einfach nur Das ist die Lust hier, irgendwie dann, ne? Oh ja, das sah gerade ultra witzig aus, du rennst weg Ja Dann fahre ich zu dir hin, damit du einsteigen kannst Und dann fällt es einfach random hin What the fuck? Audio war das, ne? Ne Ich kann nicht wohl das Radio, vor allem, das steht ja fünf Da teilen, boah Oh Uh Ja Ja Ah ne, unter Rockstar Shows klappt, oder? Lord, deine Karre war nicht da und plötzlich, blub, da ist sie, eine Karre, zauber, 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 kraft, bla bla bla, ja, kann, ist nur meine Karre, blub, da ist sie wieder, hey bro, wo ist meine Karre, blub, da ist sie, Ah, ok What the fuck Wee! Uh... toh Oh 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 wir merken sicher auch nicht welches sonst immer einstellt ok das ist schon ein schönes fahrzeug hier ne es ist es falsch aber ja macht nichts sein fahrzeug nichts ist schmerz zu steuern auf jeden fall ich weiß nicht warum ich eine first person bin keine ahnung warte steig aus es steig aus jorge jetzt aber da ist halt eine alte oma in ihre wagen verreckt jorge ich nehme jetzt so eine grüne karre hier meine wiese was macht der entwickler denn da sie hat der keine argen an den kopf aber die grünen das sind von denen ja aber da steht noch ein das andere entwickler ja hopp mach mal schneller wenn du mich weggraben kann ich auch nichts machen eine fresse steig aus steig einfach fucking aus jorge nee ich bin ja schneller zu fußen als du warum auch immer weil rockstar zu dumm ist um richtig zu programmieren ja ne deine leitung ist einfach müll was deine leitung ist einfach müll geht nicht ich hab ne 100k leitung ja aber wenn die latenz scheiße ist dann kann er die 100k leitung auch nichts machen weißt das kann er will das ist nie wenn du ne riesen ping hast von noch was das liegt auch nicht am guter ja doch ach nee das will ich nicht in CSGO ein 15er ping haben what the fuck hast du ein glas versorgen oder was früher ping ja also das kann nicht sein das ist dann rockstar tut mir leid ich hab keine ahnung das kann doch nicht sein wenn ich in jedem anderen spiel besseres internet habe als alle anderen die dabei sind ja das kann doch nicht sein dass dann rockstar irgendwie denkt äh nee tut mir leid 100k leitung reißt du ja also dann stimmt da irgendwas nicht rockstar ja also dann stimmt da irgendwas nicht rockstar you are very resourceful i like that really i do wohl gern ich geht ja sein rares multiplayer spiel auch perfekt nein verbindung wie sah einfach jedes maus hier das wirklich ne fucking windel tragen ja siehst du auch aus ey das war intention that was intentional Oh, Motherfucker. Ich könnte ja auch echt gerne mal so leicht Geld verdienen wie hier. Aber das war das mit dem Attentat. Das Flugzeug mit dem Attentat habe ich mein Flugzeug. Ich flog mein fliegendes Auto nicht da. Mein fliegendes Auto nicht da. Macht nichts. Das ist ein Raketenwerfer, oder? Ja, aber vom Dach aus her könnte ich es besser treffen. Da könnte ich sogar Leute, die da drin stehen, einfach abschneiden. Ja, mach. Da müssen Leute abknallen, ne? Ne, ich das zähle wieder. Ja, ich... Ich muss... Ich lade gerade irgendwie... Irgendwas. Ja, ich muss... Ja, ich muss... Ich muss... zeptiani-Tab 2020 Ähm. Was? Was sollt denn da? Macht ja nichts, oder? Ja, shoes! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Alter, wie ich das hasse. Dann überlebt ein Schwein und dann muss ein Vogel dieses eine Schweine opfern und du hast schon kaum noch Vögel. Dann hast du noch einen ganzen Raum vor dir und du hast nur noch einen einzigen. Ja. Ja. Geht der online ja zum Mach. Meine Fresse. Boah, wie oft hab ich die Scheiße jetzt heute schon neu gestartet. Du hast getan, ne? Ja. Aber gut. Es ist halb eins. Ich abschülle mich.